Jetzt darf ich dich noch nicht mal contenten oder wat? Du bleibst hier Mann Tu es nicht, Kit! Lödisch Hab ich dich! Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider! Hab Geduld, Mann! Du kriegst dich schon! Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz! Verstanden? Oh, ist sie aber! Biss ich! Achso, das waren die fehlenden 20% ohne Blumenklasse! Oh, das ist Punto 2 von 9! Top! Uuuuuh! Wer hat doch hier aber fein gemacht, Mädels! Du kannst dich auch anheuern! Top! Hier oben gibt es bestimmt einen Aussichtspunkt, den ich haben kann, ne? Ja, mit Sicherheit gibt es da einen! Ich meine, wozu sollte das da oben sonst gut sein? Na? Na? Klaar! Solche kleinen Risse sind immer gut zu hochklettert! okay tut mir leid aber du musst einen Augenblick warten gut jetzt können wir die Mission starten treffen wir uns doch in einem Pub ich kam nach Kings nur mein Ziel zu finden Saufgelager haben keine Priorität wir könnten zusammenarbeiten weißt du du willst Lauren's Prinz erwischen und ich seinen Gefangene wir suchen den Weisen ebenfalls Edward leg dich nicht mit uns an möge der bessere Mann gewinnen Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz sie benutzen Glocken um Ärger anzuzeigen siehst du da wir sollten sie unbrauchbar machen bevor wir fortfahren bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter also tue ich was ich kann um sie abzulenken dann dann hast du eine Chance sie auszuschalten bereit du heißt nicht James oder ich wusste doch irgendwie dass sie eine Frau ist dann ist sogar etwas Geld für dich abgemacht verdammt man wie kommt dass du eine Frau wirst da hat Edward muss ich dir das erst noch erklären also ich habe einen Auftrag du kannst die Späte sind wie kommst du dass du eine Frau bist hey wollt ihr uns hier oben nicht dieser Spanier besuchen hohe es oder so mein Gott ist der wohl lauf ist denn kommen habe ich gehört Okay Aber ich möchte lieber meine Klinge haben. Habt ich! Aber es heißt ja nicht, dass ich nicht äh... Alter, jetzt sind die da oben. Ich weiß das nicht. Ey, die sind da auch bald wieder wach. Oh man, I can't think. So, die stören nämlich bloß. Habt ich! Das sind... Nein, weg! Was? Was? Wer ist in der Brust? Ja! Na? Entschuldigung! Wui! Okay. Ganz ruhig Tobi, ganz ruhig. Da ist noch eine und ich bin hier in der Nähe. Du legst hier erstmal gleich schlafen. Ja, ja, komm ruhig zurück. Dann hätte ich dich nämlich auch. Schlimmsten ist der da oben. Der sieht das am meisten. Und wenn ich mich beeile? Perfekt. Ja, 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 ja. hehehe na? oh scheiße hab dich dick, ich schlafe immer sabotieren zu, du willst ja auch mal schlafen dann schluss Licht aus, Arschloch ja 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 Ja. Ah, jetzt kommen sie alle an hier. Okay. Ja, keine Sorge, die krümmen sich bloß vor Schmerzen. Nichts, was man beachten sollte. Der kommt der nächste schon wieder an. Ich fass das nicht. Ich fass das nicht.